Hallo Leute! Und hier bin ich wieder mit SSBB! Und jetzt geht's weiter! So, dann geht's mal weiter. Ähm, hab ich schon gespeichert? Ich glaub schon. Also zurück zur Karte und jetzt. Jetzt. Ups, was mach ich denn da? Okay, so. Jetzt kommen wir dort, ähm, also wahrscheinlich, wo Samsung, äh, Samsung. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, was mit meinem Kopf los ist, also, also ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Aber egal, ich mach jetzt einfach weiter. So, ah, jetzt kann ich auswählen. Ich hab Didi-Konk, dann Captain Falcon, dann Donkey-Konk. Okay, ich dachte, es kommt jetzt im Video, aber nein. Gut. Na gut, das erklär darum, ich gleich beim Anfang auswählen, auswählen konnte. So. So, es hätte eigentlich bald rauskommen soll, äh, können. So, es hätte eigentlich bald rauskommen können, als ich gesagt habe, aber die haben das leider verschoben. Leider. Das Tropical Freeze. Der Night Donkey Kong Titel. Aber ja. Oh, oh, oh. Wieder hat nämlich ein Gegner gerettet. So. So, weg mit dir. Habe ich schon einen. Weg mit den. Ups, jetzt mach ich schon wieder. So, Moment, Leute. Ganz vorsichtig sein. Weg mit den. Ah, das sind Lenkraketen. Nur schlecht. Heute mit der Technik ist ja sehr, 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 sehr spannend. Und, dass die alles drauf haben. Oh, nein, 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 nein. Oh, der war stärker. Okay, gut. Du hast gewonnen. Panzertyp. Bin ich nicht. Achso, Falco jetzt bin ich. Okay, ich bin Falco. Gut, hör doch. Okay. Gut. Dann geht es jetzt weiter, Leute. Und. Ah. Ah. Okay, versteh. Ah. Okay. Hm. Oh, oh. Süd. Da war halt. Ups. Oh, man. Ich soll ja jetzt draufbleiben, besser. Okay. Was ist da da gewesen? Auch Papiere. Ah, verzichte ich bei der Sticker da. Brauche ich nicht. Ah, nee, obwohl. Nee, die brauche ich doch. Weil mit denen kann man ja... Ah, jetzt sind sie zuerst weg. Okay. Gut, egal. Mit denen kann man ja hinten bei der Trophäe halt... Äh, die Sticker draufpicken. Dann sind die Charakter, glaube ich, stärker. Ich glaube, jeder bringt dann irgendwas anderes. Also jeder Sticker. Keine Ahnung, was jeder bringt, aber... Aber sie sind stärker, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, und ja. Oder vielleicht ist es nur zu fahren. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Spiel schon echt lange nicht mehr gespielt. Deshalb würde ich erst nochmal spielen. Okay. Aua. 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 Uh. Was ist das? Okay, egal. Ich war es auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Verstehe ich schon. Was ist denn da oben eigentlich? Ich frage mich immer, was da oben ist. Also... Was immer was da oben ist. Was heißt das? Also, ähm... Ja. So. Ich gehe immer, immer den unteren Weg. Immer. Das soll ich sicher schon... Ich glaube, den gelben oder so. Es sind immer verschiedene Farben. So. Ich sollte ihn mal auch besser schlagen. Nicht immer geschlagen werden. Das tut nicht gut. Wenn man immer... Wenn man immer geschlagen wird. Das tut nicht immer gut, wenn man... Jo. Oh. Ich weiß, was du da sehen wolltest. Nein, nicht das. Wer wollte das sehen? Oh yeah. So. Darauf habt ihr alle gewartet. Stimmt's? Ich wusste es. So. Ah. Gut. Moment mal. Ha. Aha. Das... Das wollte ich jetzt nicht... Ähm... Also, das habe ich jetzt nicht gewusst, Leute. Ich wollte ja nur gucken, was da oben ist halt. Ich dachte, vielleicht ist da oben... Noch ein Hebel. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und ja. Aber ja. Auch gut. Auch gut. Auch gut, wenn da... Ah. Hm. Leider, das kriege ich schon hin. Okay, das war nicht grad. Hm. Aber wie mache ich das nochmal? Äh. Jetzt komme ich erst nicht mal hoch. So. Gut. Eine Trophäe. Hey, das war ja der von Link. Der... Und... Und... Mobile. Denk ich mal. Mobile? Äh. Ja, Mobile heißt. Nein. Mo... Ich habe keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Das ist Baum-Pokémon. Mobile. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mobile, oder? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Es kommen immer neue Pokémon dazu. Da werden auch Pokémon rausgelassen bei mir. Da passt nicht so viel rein in mein Schädel. So. Weil alle Pokémon kann man sich ja nicht mehr... Da brauchen wir schließlich ein Dexikon. Aber schließlich gibt es hier Poké-Wicke. So. Oh Mann. So, jetzt kommt Donkey Kong. So. Jetzt wird mal der Grill angemacht. Ups. Nein, den Appen sollten wir nicht grillen. Den brauche ich. Ha! Der Donkey Kong. Wie er eine Leiter hochklettert. Der Riese da. Ist echt geil. So. Ah ja, warum ich noch immer so leise bin? Also, es ist noch immer, weil ich nehme noch immer auf. Also, also zu spät auf, ist es gesagt. Ich gehe noch immer spät auf, deshalb bin ich noch immer so leise. Also, mit den Reden halt und ne. Versteht dich. Versteht dich, hoffe ich. Versteht dich. Versteht dich. Damit ich nicht den Nachhack beschwerbe. Das ist so laut wie ne. Ähm. Oh. Ah. Oh, das ist fies. Ne. Jetzt geht sicher auch um Zeit. Nein. Das mag ich. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sehr verdächtig. Was ist da da? Aha, okay, versteh. Weg mit der Blume. Oh, was macht denn der? Genau, der macht ja viele Bälle, oder? Oder... Ich hab keine Ahnung. Die Dinger sind auch komisch. Muss ich echt sagen. Die Dinger... bei Super Smash Bros. Die sind alle sehr komisch. Alle. Alle. So, gut, ich hab's noch überlebt. Ich dachte, die sterben. Ah, genau, da fahre ich ja den Schlüssel. Was sind denn der Schlüssel? Ah, da. Oh, ach so, da hätte ich einfach nur den Schlüssel nehmen sollen. So, da. Ja. 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 Oh nein. Oh nein. Ja. Hm. Das ist ja der da! Ich glaube, das dauert jetzt eh nicht mehr lang. So. Genau, Rob war das. Also der... Also war das anscheinend der Anführer von denen. Und ja. Der Anführer. Ja. Also, wie gesagt, das war der Anführer. Weil, ja. Weil, ja. Aber echt, aber echt ruhig war das, Leute. Ich habe echt schon geweint. Nein, habe ich nicht, aber es war echt berührend. Wie er die retten wollte. Also, das behindert besser gesagt. Und ja. Das war's auch wieder. So. Ba, ba, da, ba, 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 ba. So, dann machen wir einfach alles schnell fertig. Und dann hat sich die Sache. Und dann. Ah, alles schnell. Ah, der Fluch, die regeneriert Leben, merke ich gerade. Ich habe ein Leserschwert, Leute. Alles bleibt unter Kontrolle. Alles bleibt unter meiner Kontrolle. Ach, das dauert es mir so lang. Ach, ich will die Schwerte ja gar nicht mal. Weg damit. Oh, jetzt bin ich groß. Du bist auch groß. Oh. Oh, jetzt bin ich wieder geschrumpft. Okay. Schaffen wir nur mit einem Charakter das zu schaffen. Also so ein Battlematch. Ja, packen wir das. Ach, immer wenn ich das anspricht, dann funktioniert das nicht. Das ist schon unfair. Okay, egal. Okay. Aber mit denen schaffen wir das locker. Pff, keine Frage. So, komm schon. BAM! Weg mit dir. Ah, die kann man nehmen. Ich versuch die ja gar nicht mal. Weg mit dir. So, ah, es kommt. Klar, klar. Moment mal, da kommen ja noch zwei. Ach so, der da und... Punch! Genau. Da müssen wir jetzt, glaube ich, den oberen angreifen, oder? War das so irgendwie? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ja. Genau. Punch! Genau, jetzt ist der verzweifelt. Okay, ich bin da eingesperrt. Was soll das? Okay, Leute. Keine Sorge. Alles ist so geplant, wie ich jetzt... Ja, klar. Ja, klar. Was wollt ihr noch? Genau. Wollt ihr mich zerquetschen? Okay. 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 So, der eine ist mal tot, oder? Nein. Oh, Mann. Hier machen viel Leben. Also, wir müssen nur den Unternehmung eingreifen. Das ist echt anstrengend. Man macht, glaube ich, nur Schaden, also großen Schaden. Immer... Ja, Gott sei Dank. Wenn er sich öffnet. Na, komm, öffne dich. Ja. Nein, nein, nein. Es ist immer so... Ich brauch sie noch. Ich brauch dich noch. So. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Okay, Oliver, du packst das. Ich hab vollen Vertrauen auf dich. Komm schon. Mit die Pickings. Das schaffen wir schon. Also, wir müssen erst einmal den ausschalten. Ich verstehe, verstehe. Darum hat es nie geklappt. Ich glaube, das geht nicht gut aus für mich. Oder? Oder vielleicht... Doch! Gut gemacht, Olima. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017